Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in meiner kleinen Küche. In der Kochen mit Cook for Me Community Facebook Gruppe auf Facebook wurde oft Rouladen geschnetzelt, es gelobt. Ja, und das war für mich ganz neu und das musste ich natürlich auch ausprobieren. Orientiert hatte ich mich an einem Rezept aus der Cook for Me App, welches von Summerlove hinterlegt wurde. Ja, und doch habe ich das Rezept etwas abgewandelt und habe auf Rotwein verzichtet und auf Senf und habe stattdessen Eiver und Brühe und Spitzpaprika verarbeitet. So, nun aber Ärmel hoch und los und ich muss mich zügig ranhalten, denn dieses Gericht ist wieder schnell und energiesparend zubereitet. Etwa 700-750 Gramm Rinderrouladen habe ich geschnetzelt und erst einmal beiseite gestellt. Ja, beim Kochen in der Cook for Me sollte man alle benötigten Zutaten schon vorbereitet haben, weil wenn der Topf erstmal zum Glühen gebracht wurde, muss man wirklich hintereinander wegarbeiten. Über die manuelle Einstellung, klassisches Garen, Braten wird der Topf erhitzt. Zwei Esslöffel Butterschmalz werden zugegeben. In dem heißen Fett werden eine kleingewürfelte Zwiebel, die Spitzpaprika und auch das Fleisch angebraten. Ja, das alles wird gut und kräftig angebraten und umgerührt. Und dann werden auch schon alle restlichen Zutaten zugegeben. Das wären 50 Gramm Tomatenmark, 100 Gramm scharfes Eiver und 450 Milliliter Rinderbrühe werden angegossen. Ich gebe auch gerne etwas Feta zu. Der Deckel wird geschlossen und verriegelt und es wird zum Programm Garen unter Druck für schnelle 17 Minuten gewechselt. Bei uns gab es dazu heute Salzkartoffeln. Ja, du siehst, das war so schnell zubereitet. Da bleibt mir nichts weiter übrig, als dir viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit zu wünschen. Eure Jana